Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheDocraft. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Command Block Tutorial. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich arbeite relativ viel in Vanilla Minecraft mit Command Blocks, um Dinge möglich zu machen, die es eigentlich nicht in Minecraft geben sollte. Und ein Command steht dabei immer und immer und immer wieder im Vordergrund. Und einige von euch wissen halt, was das für ein Command ist. Einige sagten, ah, ich habe keine Ahnung, was dieser Execute soll. Warum gibst du immer wieder Execute ein? Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie dieser Execute Command funktioniert und mich dabei auch gerne etwas über Command Blöcke allgemein beibringen. Seht es sozusagen an als das Start and Beginner Tutorial. So, lasst uns dazu erstmal in eine andere Welt gehen. Und wo fange ich an? Minecraft. Also, wir haben Minecraft einen Chat. So weit erstmal so klar. Den Chat kann ich öffnen mit der Taste T, normalerweise, außer ihr legt es um. Und dann kann ich in den Chat irgendwas eingeben, zum Beispiel Hallo. Und dann steht da auch im Chat TheDocraft Hallo. Dann kann ich aber im Chat auch einen Schrägstrich eingeben. Und ihr seht schon, hier werden mir sogenannte Befehle vorgeschlagen. Befehle sind immer gleich aufgebaut. Sie beginnen mit einem Wort, und zwar das Befehlswort. Und danach kommen sogenannte Parameter. Ihr solltet vielleicht an dieser Stelle einmal ins Internet gehen, Google nutzen und bei Google eingeben, Minecraft Befehle. Ihr sucht danach und werdet relativ schnell auf diesen Eintrag hier kommen. Und zwar von minecraft-de.gamepedia.com. Das ist das offizielle Minecraft-Wiki. Quasi ein Wikipedia nur für Minecraft. Und eure erste Anlaufstelle für alle Probleme, die ihr mit Minecraft habt. Hier steht wirklich alles über das Spiel drin. Einige fragen TheDocraft, wie bist du so gut geworden in Minecraft, wie weißt du solche Sachen, etc. Ja, einfach nachlesen. Diese ganzen Sachen stehen nämlich hier im Internet. Und wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, seht ihr hier eine Liste von allen Befehlen. Jetzt kommen wir zu den Parametern. Ich kann jetzt einen Befehl eingeben, Schrägstrich Time. Time ist zum Beispiel der Befehl, der irgendwie was mit der Zeit an Minecraft zu tun hat. Und jetzt fordert Minecraft Parameter. Minecraft ist mittlerweile ziemlich nett, denn wenn ich jetzt Leertaste drücke, zeigt mir Minecraft automatisch die nächsten Parameter an. Aber ich kann diese Parameter auch nochmal nachlesen. Wenn ich jetzt quasi hier in diesem Minecraft-Wiki, dann muss ich jetzt den richtigen Befehl finden. Wir suchen mal ganz kurz Time. Da hast du Befehl. Wenn ich den jetzt anklicke, sehen wir hier die Parameter. So, und die Parameter sind immer so aufgebaut. In einer Tabelle quasi der erste Parameter ist Set. Und auf den Set-Parameter folgen die nächsten Parameter. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Art Puzzle, was wir zusammensetzen. Das wird gleich nochmal klarer, wenn ich euch den Execute-Command erkläre. Also, ein Parameter folgt auf den nächsten Parameter. Und jeder Befehl hat unterschiedlich viele Parameter. Bei Time zum Beispiel wäre der nächste Parameter, den wir haben wollen, Set. Machen wir Leertaste. Und jetzt können wir noch ein Parameter eingeben. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, das stimmt nicht ganz. Denn wir können jetzt einmal entweder diese vier verschiedenen Parameter eingeben. Zum Beispiel können Midnight eingeben. Und dann drücken wir Enter. Und es wird in unserer Welt Nacht. Wir können aber auch eine Zahl eingeben. Wir können zum Beispiel Null eingeben. Null bedeutet, die Tageszeit wird zurückgesetzt auf Null. Oder zum Beispiel 12.000. 12.000 ist dann quasi der Sonnenuntergang in Minecraft. So was lernt man mit der Zeit, weil Minecraft in eine Zeit unterteilt ist. Und ihr schaut euch das mal an. Das Ganze steht hier sogar nochmal schwarz auf weiß. Das heißt, man muss dann tatsächlich sich einmal diese Mühe machen und sich diese Sachen durchlesen. Meine größte Empfehlung, nehmt Minecraft-Wiki. So, also das sind Befehle. Befehle, habt ihr schon mal gemerkt. Beginnen mit einem Befehlswort. Daraufhin kommen ganz viele Parameter. Und dann ist der Befehl zu Ende. Ihr drückt Enter und der Befehl wird ausgeführt. Ein Befehl kann aber auch durch einen Command-Block ausgeführt werden. Dazu geben wir dem Befehl ein Slash-Gif. Denn diesen Command-Block, den gibt es nicht im Inventar. Gif ist ein Befehl, der mir Sachen gibt. Jetzt wieder Parameter. Welchen Parameter? Ich kann jetzt auswählen, welcher Spieler Gif bekommt. In diesem Fall The Joe Craft. Malatt-Taste und jetzt können wir einen Block auswählen. Ich wähle aus dem Command-Block. Zack, da habe ich ihn. Noch ein Befehl eingeben, Schrägstrich Time. Set. Nun, das macht zum Beispiel die Tageszeit auf Mittag. Und das Besondere beim Command-Block ist, dass wenn er Strom erhält, dann führt er diesen Befehl aus. Es gibt drei verschiedene Arten an Command-Blöcken. Das interessiert uns heute nicht. Heute geht es um den Execute-Command. Wichtig ist, dass ihr Commands immer versteht. Noch eine Sache, ihr müsst im Command-Block den Schrägstrich nicht eingeben, weil ein Command-Block niemals chatten wird. Er wird immer einen Befehl ausführen. Soweit, so gut. Okay, dann kommen wir nun zu dem Execute-Befehl. Execute ist ein ziemlich verrückter Befehl. Und ihr müsst jetzt einmal die Struktur des Execute-Befehls verstehen. Dazu habe ich das hier mal vorbereitet. Und zwar, schaut euch nicht diesen Teil hier unten an. Also, Execute besteht aus sehr, sehr vielen Parametern. Ja? Aber hat immer eine gleiche Struktur, bis auf ein paar Ausnahmefälle. Nochmal, das ist jetzt ein Beginner-Tutorial. Deshalb, falls jetzt einige Pros unter euch sagen, so, hä, aber das ist ja voll falsch, was du erzählst. Ich möchte es jetzt so erklären, dass die Beginner das verstehen. Der Execute-Command ist immer gleich aufgebaut. Und zwar, er beginnt mit dem Befehl execute und endet mit dem Befehl run. Es gibt ein paar Ausnahmen, in denen das nicht der Fall ist, aber fast immer beginnt der Command mit execute und endet mit run. Und anschließend kommt dahinter ein ganz normaler Minecraft-Befehl. Das heißt, nachdem wir den Execute eingegeben haben, der Execute-Command mit run geendet ist, ja, das heißt, der endet dann irgendwie, beginnt ein ganz normaler Befehl. Und da kommt ein ganz normaler Befehl hin. Und das können wir auch so in Minecraft eingeben. Wir können eingeben, slash execute, Leertaste, run, damit ist der Command zu end. Und jetzt können wir einen normalen, ohne Schrägstrich, einen normalen Command angeben. Time, set, midnight. So. Und ihr seht schon, was ich jetzt gemacht habe. Time, set, midnight. Ihr seht das hoffentlich da unten. Time, set, day. Ihr seht, es wird Tag, es wird Nacht. Der Witz ist, dieses ganze execute, run könnte ich mir eigentlich ersparen. Das heißt, ich könnte es auch einfach wegmachen und der Befehl würde genauso funktionieren. So, wofür brauchen wir jetzt execute? Execute kann jetzt etwas machen, und zwar bevor dieser Befehl ausgeführt wird. Hier ist jetzt unser Befehl hier hinten, okay? Bevor nun dieser Befehl ausgeführt wird, kann execute festlegen, wie, wer, warum und wo der Befehl ausgeführt wird. Das heißt, diese ganzen Sachen kann execute entscheiden. Und das macht die ganze Sache interessanter. Das heißt, wir können jetzt execute dazwischen, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, wie eine Art Bereich. Ihr habt jetzt einen Bereich, der endet mit run. Und hier in diesem Bereich könnt ihr jetzt Elemente einsetzen. Zum Beispiel das Element as. So, das kommt jetzt hier rein. Und dieses Element as beginnt mit dem Wort as. Und dann möchte dieses Element ein paar Sachen haben. Und wenn diese Sachen alle vollständig sind, dann ist dieses Element abgeschlossen. Und dann könnt ihr schon das nächste, also dann könnt ihr theoretisch den run, also könnt ihr den Command beenden. Oder ihr könnt das nächste Element dran bauen. Das heißt, dann könnt ihr zum Beispiel das Element positioned nehmen. Das könnt ihr dann hier reinsetzen. Und so weiter und so fort. Das ist wie eine Art kleiner Baukasten, mit dem ihr einen Befehl zusammensetzen könnt. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was kommt denn hinter das as alles hin? Und da wieder der Verweis auf die Webseite Minecraft-Wiki. Dort ist der execute-Command auch nochmal aufgelistet. Wir sehen hier die Grundstruktur execute. Und dann kommen die ganzen Parameter. Und irgendwo steht dann run. Gucken wir mal, ich glaube, das steht hier ganz zum Ende dann. Na, 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 da. Run. Run ist quasi das letzte, was ihr eingebt. Ja, merkt euch das erstmal für mein Tutorial. Und alles, was wir jetzt hier sehen, hier links, also das hier. Gucken wir mal. Allegiant, entered, as, at, facing, if, unless, in, positioned, rotated, store. Das sind alles Dinge, die ihr dazwischen eingeben könnt. Ich habe erstmal für heute nur sechs Stück ausgewählt, die ich euch zeigen möchte. Und zwar if, unless, as, at, allegiant und positioned. Das sind erstmal alle. Es gibt noch viel mehr. Ihr habt schon gesehen, stores. Und das sind aber die etwas komplizierteren Sachen, die wir uns vielleicht was anders angucken. Soweit, so klar, Leute? Ich hoffe, ja. Also, äh, s. Wenn wir zum Beispiel jetzt s nehmen, dann steht hier bei Minecraft Wiki, wenn wir auf s scrollen, s, selector. Und hier schreibt er dann quasi, er möchte nur einen Selector haben. Das heißt, s, selector, und damit ist er schon abgeschlossen. Wenn wir jetzt zum Beispiel poschissen, poschissen, ja, beschissen, quatsch. So, wenn wir zum Beispiel jetzt position nehmen, ja, dann möchte der zum Beispiel was anderes haben. Dann möchte er eins, zwei, drei Sachen haben. Irgendwann lernt man das auswendig, Leute. Ihr könnt das, wie gesagt, nachgucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel position nehmen, wo ist das? Finden wir es erstmal. In dieser großen, langen List. Da ist position. Hier sehen wir, dass hier gleich zwei verschiedene Sachen angegeben werden können. Und zwar das hier und das hier. Muss euch jetzt erstmal nicht interessieren. Also, vielleicht ist das irritierend. Ich würde mal sagen, Praxis ist leichter. Fangen wir mal an. Ich glaube, wenn ich euch die Sachen erstmal erkläre, ohne diese große Liste, die wir da haben, dann wird es vielleicht für euch verständlicher. Wir nehmen uns einen Command-Block. Dann können wir mal ganz schön sehen, was so ein Befehl macht. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir können jetzt sagen, execute as. So, und jetzt können wir schon etwas eingeben. Und zwar das hier. Jetzt solltet ihr wissen, wir können jetzt hier einen Spielernamen eingeben. Und dann können wir sagen, run. Also, unser Befehl ist beendet. Und jetzt schreiben wir, say, hallo. Und wenn wir jetzt die Command-Block drücken, steht im Chat, the Joecraft, hallo. Guck mal. Es steht mit eckigen Klammern dort, aber es steht als the Joecraft im Chat. Das heißt quasi, ich kann the Joecraft dazu zwingen, zu chatten. Aha, aha, aha. Wir können aber noch andere Sachen machen, ja. Wir können nämlich dann verschiedene Befehle jetzt hier ausführen. Dieser Befehl wird jetzt gerade als the Joecraft ausgeführt. Wichtig. Und das müsst ihr jetzt unbedingt in Minecraft wissen. Es gibt zwei Faktoren, die bei Befehlen wichtig sind. Wer führt den Befehl aus? Und wo wird der Befehl ausgeführt? Jetzt kommt die Quizfrage. Wenn ich jetzt mache, summon sheep, okay. Und diesen Befehl kann ich jetzt auch bei mir eingeben, slash, summon sheep. Das bedeutet, erzeuge ein sheep. Mach mir ein Schaf. Ich drücke Enter. Und ihr seht, da, wo ich gerade bin, ist ein Schaf. Nun kommt die Quizfrage. Wenn ich jetzt den Befehl ausführe, execute as the Joecraft, run, summon, sheep. Was passiert mit dem Schaf? A, das Schaf wird dort sein, wo ich jetzt gerade bin. Oder B, das Schaf wird im Command-Block sein. Oder C, das Schaf wird irgendwo im Himmel spawnen. Drei, zwei, eins. Die richtige Antwort ist B. Das Schaf ist im Command-Block. Jetzt fragt ihr euch, warum? Wir haben doch den Befehl als the Joecraft ausgeführt. Warum ist das Schaf jetzt nicht bei the Joecraft? Ganz einfach. Ich führe den Befehl aus, dass das Schaf gespawnt werden soll. Aber es wird bei dem Command-Block ausgeführt. Das heißt, um nun quasi das Schaf direkt da zu spawnen, wo ich bin, muss der Command-Block als erstes festlegen, wer den Befehl ausführt. Und anschließend festlegen, wo der Befehl ausgeführt wird. Und erst dann darf der Befehl kommen. Und das machen wir jetzt mal. Execute as the Joecraft. Dann kommt jetzt hier das nächste Element rein, bevor Run kommt. Und zwar Add. Und jetzt schreiben wir the Joecraft. Drücken auf den Knopf und zack, da wird das Schaf nun diesmal eingefügt, wo ich gerade bin. Alles Schaf. Wunderbar. Dolly, das Schieb. Klont in Minecraft. So, jetzt kommt der nächste Teil. Und zwar haben wir in Minecraft, und das ist etwas richtig, richtig Schönes, die Möglichkeit, Dinge zu beschreiben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt jetzt auf dem Server ganz viele Spieler. Und ihr wollt, dass jetzt bei jedem dieser Spieler ein Schaf entsteht. Das heißt, ihr müsstet jetzt von jedem Spieler den Namen eintippen. Das macht keinen Spaß. Deshalb können wir einen Add-Command nehmen. Add ist etwas sehr, sehr Interessantes. Also ich lösche nochmal, ich gehe wieder zurück zum as. Das heißt, wir sind Execute as. Und jetzt sagen wir add, add a. Ihr seht das hier schon. All Players, All Entities, Nears Player, Random Player, Current Entity. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Add-Systeme, die wir in Minecraft haben. Add e ist dabei das Mächtigste. Seid ganz, ganz vorsichtig, wenn ihr add e benutzt. Ich werde euch das sofort erklären. Machen wir erstmal add a. Wenn ich add a eingebe, wird der Befehl von allen Spielern, die auf dem Server drauf sind, ausgeführt. Das heißt, wir machen mal, say, hallo. So, ich drücke auf den Knopf und ihr steht im Chat, hallo, the Geocraft. Weil ich der einzige Spieler bin, der gerade online ist. Aber wenn jetzt andere Spiele online sind, würde da bei jedem Spieler im Chat stehen, hallo. Okay. So, und dann können wir das nächste machen. Und zwar add. Wir können ja, wie gesagt, also buy jemandem sagen. Und jetzt kommt ein richtig geiler Trick. Und jetzt wird es interessant, Leute. Denn jetzt zeigt sich, wie mächtig dieser Execute-Befehl ist. Ihr habt ja vielleicht jetzt schon gemerkt, wenn jetzt mehrere Spieler auf dem Server sind. Angenommen, es sind zwei Spieler auf diesem Server. Dann wird dieser Befehl, say, hallo, zweimal ausgeführt. Und das macht der Execute-Command. Der ist nämlich so brillant, bis hierhin. Also, er beginnt erstmal als ein einziger Befehl. Der jetzt von diesem Command-Block bei dem Command-Block ausgeführt wird. Wie gesagt, er beginnt ja erstmal mit dem Command-Block. Der Command-Block führt den Befehl aus. Und dort startet auch der Befehl. Dann wird der Befehl weitergegeben an alle Spieler, die auf dem Server sind. Und jetzt multipliziert sich der Befehl. Das heißt, jetzt wird dieser Befehl an dieser Stelle, wo jetzt meine Maus gerade ist. Da. An dieser Stelle führen alle Spieler auf dem Server den Befehl aus. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Dass jetzt an dieser Stelle, wo diese Maus ist, wird dieser Befehl so oft ausgeführt, wie Spieler auf dem Server sind. Und dann wird Run ausgeführt. Und Run wird jetzt in diesem Fall so oft ausgeführt, wie Spieler auf dem Server sind. Und der Run-Befehl macht dann say, hallo. Okay? Und jetzt pass auf. Ich zeige euch das mal. Wir geben jetzt statt Add A, Add E ein. Add E ist etwas ganz Besonderes. Add E meint nämlich alles. Einfach nur alles, was es in Minecraft gibt. Alles. Und zwar alles, was kein Block ist. Das ist ein Schaf. Wenn wir mal F3 und B drücken, dann sehen wir, dass wir diese Hitboxen erzeugen. Alles, was diese Hitboxen hat, diese weißen Boxen mit den roten und den blauen Linien und den weißen Linien, das sind Entitäten. Wenn ich hier ein Item hinlege, bekommt es das. Wenn ich einen Schneeball werfe, dann ist das auch eine Entität. Zack, da seht ihr, bekommt es diese Boxen. All diese Sachen bekommen Boxen. Ein Minecraft ist eine Entität. Ein Boot, das wir irgendwo hinsetzen, ist eine Entität. Ein Schwein. Jedes Monster. Jedes Tier. Alles, was... Selbst Sand, wenn er runterfällt. Selbst wenn wir nun Sand runterfallen lassen, ist dieser Sand eine Entität. Wenn wir jetzt den Befehlsblock eingeben, execute as at a run say hallo, wird dieser Hallo-Command von jedem Ding in Minecraft ausgeführt. Und was passiert, wenn ich das mache? Schaut euch das an im Chat. Schaut euch das an. Mein ganzer Chat ist voll von Dingen. Pfeile sagen hallo. Itemframes sagen hallo. Minecraft sagen hallo. Minecraft sagen hallo. Die Schafe sagen alle hallo. Sandstein sagt hallo. Boot sagt hallo. Alle sagen hallo. Ja? Ziemlich crazy, was? Und jetzt können wir weitergehen und wir können sagen, führe ein Befehl bei jedem Ding aus. Das heißt, at... Bei jedem Ding, at... At s. Okay, was ist at s? At s ist immer derjenige, der den Befehl gerade ausführt. Das heißt, wir können quasi sagen, führe ein Befehl als alles aus und bei demjenigen, der gerade den Befehl ausführt. Erinnert euch, hier wo meine Maus ist, wird dieser Befehl schon 10.000 Mal ausgeführt oder wie oft. Und quasi, wenn ich jetzt at s sage, wird quasi bei jedem der Personen, die der Befehl ausführt, der Befehl an der Stelle dieser Person ausgeführt. Und das macht dieses at at s. Deshalb as at e. Wir legen immer zuerst fest, wer führt den Befehl aus und wo soll der Befehl ausgeführt werden. Jetzt sagen wir run say hallo. Das macht jetzt keinen Unterschied. Hallo ist ja egal, ob der jetzt oben oder unten ausgeführt wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel statt hallo mal was anderes machen, wie zum Beispiel, ich mache mal Particle Barrier. Das muss euch jetzt nicht interessieren, was ich jetzt hier eingebe. Ich gebe jetzt mal ein paar Ziffern ein. Das erzeugt uns einfach eine Barriere an dieser Stelle. So und wir drücken auf den Knopf. Dann sehen wir, wird bei jedem Ding in Minecraft so eine Barriere erzeugt. Seht ihr das? Überall wird diese Barriere erzeugt. Und zwar bei jedem Viech in Minecraft. Krass, oder? Ihr seht, ein einziger Command Block macht so, so viel. Das ist erstmal diese Grundstruktur as und at. Nun können wir das Ganze spezifizieren. Dieses at, at e meint ja alles. Aber was ist, wenn wir zum Beispiel nur die Schafe wollen? Dann können wir jetzt eine eckige Klammer, das wird mir auch gerade vorgeschlagen von Minecraft, ne? Eckige Klammer aufmachen. Eckige Klammer macht ihr bei Windows mit STRG, ALT, 8 und 9, ne? Ich kann mal ganz kurz hier die Bildschirmtastatur euch mal einblenden. Ihr seht, die eckigen Klammer, da muss man gerade gucken, bei Windows sind 8 und 9. Das heißt, ihr müsst ALT und STRG drücken und dann könnt ihr hier die eckige Klammer aufmachen mit 8 und STRG, ALT, eckige Klammer zu. Ich hoffe, ihr versteht das. So, also, ihr macht dahinter eine eckige Klammer auf und zu. Und da können wir jetzt reinschreiben, was wir meinen. Ihr seht auch schon wieder ganz, 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 ganz viele Parameter, die hier drin sind. Und auch das könnt ihr hier in Minecraft herausfinden, indem ihr bei Wikipedia bis Minecraft-Wikir den Selektor eingibt. Selektor, so heißt das Ding. Das heißt, etwas, was auf einen zeigt. Und da sehen wir schon, da gibt es diese ganze Selektoren und hier sehen wir diese Filter, die wir einbauen können, um etwas herauszufiltern. So, also, wir können jetzt in diese Klammern einen Filter einbauen und dieser Filter filtert uns genau das raus, was wir gerade brauchen. Und zum Beispiel gehen wir in den Filter Typ ein. Das heißt, wir sagen, was bist du überhaupt? Typ gleich. Und jetzt können wir in Minecraft etwas ausbilden, und zwar S-H-E-E-P. Bitte schreibt es auf Englisch. Schieb Enter. Jetzt wird der Befehl nur von Schafen ausgeführt. Das heißt, wir warten mal, bis die ganzen Barrieren verschwinden. Und ich drücke auf den Knopf und schupp, jetzt passiert das alles nur bei den Schafen und bei anderen Sachen nicht. So, wir können noch was festlegen. Wir können Komma, schreiben mit einem Komma, trennen wir das ab. Und jetzt kommt der nächste Filter. Zum Beispiel, wie viele? Also, Limit. Wir setzen uns ein Limit von zwei Schafen. Es sollen bitte nur zwei Schafe diesen Befehl ausführen. Ich drücke mal auf den Knopf und, ja, guck mal, das Schaf hat jetzt den Befehl nicht ausgeführt. Wo wurde jetzt, keine Ahnung, also ihr seht jetzt, seltsam, seltsam, seltsam. Es wurde hier nichts ausgeführt. Okay. Ihr könnt jetzt beim Limit sagen, da gibt es zwei Möglichkeiten, das einzugehen. Ihr könnt jetzt mit Punkt, Punkt schreiben. Ah, Verzeihung. Nein, 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 stopp. Limit, Limit ist zwei. Ihr könnt aber jetzt zum Beispiel sagen, Komma, Sort, also sortiere das bitte nach nearest. Das heißt quasi, der Command-Block führt das jetzt bei zwei Schafen aus, die am nächsten zum Command-Block sind. Das sind diese beiden Schafen. Gucken wir mal ganz kurz. Da ist es, da ist es. Und der Schaf da hinten hat den nicht gemacht. Habt ihr gesehen? Also, das macht dieses Sort-Nearest. Das sind die Sachen, die ihr vielleicht mal kennen solltet. Typ ist wichtig. Limit ist vielleicht wichtig, um festzulegen. Sort-Nearest. Ich zeige euch noch etwas Wichtiges. Und zwar Komma, Distance gleich. Und dann geben wir eine Distanz ein. Zehn Blöcke. Jetzt müsst ihr Folgendes sagen. Ihr müsst einen Distanzbereich markieren. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Jetzt müsst ihr aufpassen. Wenn ich jetzt einfach nur zehn Blöcke eingebe, dann wird dieser Befehl nur dann ausgeführt, wenn sich ein Schaf genau zehn Blöcke, also Punkt, genau zehn Blöcke vom Command-Block entfernt hat. Aber ich möchte ja alle Schafe haben, die innerhalb null bis zehn Blöcke vom Command-Block entfernt sind, das gemacht wird. Und dann machen wir einfach davor Punkt, Punkt. Also Punkt, Punkt, zehn. Punkt, Punkt, zehn bedeutet alles bis zehn Blöcke. Das heißt, dieses Schaf führt den Befehl aus. Dieses Schaf führt den Befehl nicht mehr aus, weil es nicht mehr innerhalb von zehn Blöcken vom Command-Block drum herum ist. Wir können aber auch sagen, statt Punkt, Punkt, zehn, wir können auch sagen, zehn, Punkt, Punkt. Was bedeutet das jetzt wohl? Quizfrage an euch. Was bedeutet zehn Blöcke? Ist es kleiner als zehn, genau zehn oder größer als zehn? Eigentlich eine einfache Frage, aber falls ihr es nicht gesehen habt oder noch nicht gecheckt habt. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Befehl ausführe, wird er bei allen Schafen ausgeführt, die weiter als zehn Blöcke vom Command-Block entfernt sind. Okay, der Effekt wurde mir jetzt nicht angezeigt, weil ich nicht weit genug bin. Aber zehn, Punkt, Punkt bedeutet also mindestens zehn Blöcke. Das heißt, hier wird der Befehl nicht ausgeführt, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und erst nach zehn Blöcken wird der Befehl ausgeführt für alle Schafe, die ab dann weiter sind. Ihr könnt auch noch einen Bereich definieren. Ihr könnt sagen, von zehn bis 15 Blöcken. Das heißt, von zehn bis 15. Jetzt quasi stellt euch eine Art Kreis vor. Der Kreis wird immer größer. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und von diesem, von dem zehnten Block, sei das jetzt der zehnte Block, ich habe jetzt nicht gezählt, von zehn bis 15 Blöcken ist es quasi eine Ring, habt ihr um den Command-Block erzeugt. Und innerhalb dieses Rings wird der Befehl ausgeführt. Strange. Und ihr seht schon, super kompliziert. Also, das sind diese Filtermechanismus in diesen Parameterzuweisungen. Ihr seht, mega kompliziert, aber lasst das mal sacken und wie gesagt, nehmt euch diese Webseite zur Verfügung, die euch das wirklich, wirklich, wirklich gut erklären kann. So, zurück zum Execute-Command. Also, wir können jetzt etwas auswählen und wir wählen das meistens immer aus mit Add-E. Das heißt, wenn wir irgendwas machen möchten, können wir Add-E auswählen, zum Beispiel eben halt Typ gleich Schieb. So, Add-Add-S, das ist immer wichtig, dass ihr Add-Add-S eingibt, denn da wird der Befehl nämlich bei dem Schieb ausgeführt. Und jetzt können wir Run machen. Machen mal Run und wir machen jetzt einen Teleport-Befehl. Das heißt, Teleport und ich kenne jetzt diese ganzen Syntaxe auswendig, das heißt, die ganzen Parameter. Ihr müsstet die jetzt mal nachgucken oder gucken, was Minecraft sagt. Also, Teleport Add-S. Was war Add-S nochmal? Derjenige, der den Befehl ausführt. Okay, also das Schaf selbst. Teleport das Schaf selbst. Und ich sage jetzt mit diesen komischen Nudeldingern, sage ich, dass das Schaf relativ teleportiert werden soll. Das ist jetzt, das ist jetzt, na doch, ich muss es euch doch erklären. Wenn ihr F3 drückt, seht ihr in der Mitte dieses Dreieck. Das bewegt sich komischerweise immer fix zu einem Block. Das heißt, die blaue Linie zeigt immer in die gleiche Richtung. Egal, wo ihr hinguckt. Die rote auch, die grüne auch. Das ist ein Koordinatensystem. Das habt ihr vielleicht schon mal im Matheunterricht gehört oder so. Koordinatensysteme, ne? Minecraft ist ein gewaltig großes Koordinatensystem. Wenn ich jetzt in diese Richtung laufe, ne? Nehmen wir mal die rote Richtung. Die rote Richtung ist die erste Richtung, die sogenannte X-Richtung. Koordinatensysteme X, Y, Z. Das sind die drei Koordinaten. Rot ist X, grün ist Y und blau ist Z. Wenn ich jetzt in diese rote Richtung laufe, dann laufe ich positiv X. Das heißt, X wird immer größer. Wenn ich jetzt gegen die rote Richtung laufe, dann laufe ich negativ X. Das heißt, X wird immer kleiner. Wenn ich jetzt in die grüne Richtung fliege, also nach oben, wird Y immer höher. Wenn ich nach unten fliege, wird Y immer kleiner. Das seht ihr zum Beispiel hier. X, Y, Z. Das ist X, das ist Y, Z. Y ist gerade 56. Ich gehe nach oben, es wird immer größer. Ich gehe nach unten, es wird immer kleiner. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diese Richtung laufe, Z ist gerade bei minus 5, 4, 5. Was passiert mit der Zahl? Die Zahl wird immer kleiner. Warum wird die Zahl immer kleiner? Ich laufe doch gerade positiv. Ja, es ist ja eine negative Zahl. Denn bei 0 ist ja nicht Schluss, Leute. Bei 0 ist ja nicht eine große, große Wand in Minecraft und dann kommt nichts mehr rein. In Minecraft ist ja unendlich die Welt. Und natürlich, also fast unendlich. Aber trotzdem. Deshalb gibt es auch Minuskoordinaten. Und wenn ich jetzt positiv laufe, das heißt quasi, ich gehe jetzt in diese Richtung, wird die Minuskoordinate immer kleiner, bis die Minuskoordinate irgendwann 0 erreicht. Und dann fängt die Minuskoordinate an, positiv zu zählen. Das heißt, ihr seht, wenn ich mich jetzt beeile in die Richtung fliege, 200, 100, Achtung, achtet auf diese Koordinate an dieser Stelle, wo meine Maus da gerade ist. Seht ihr das? Minus 10, minus 9, minus 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt fängt sie an, positiv zu zählen. Also, und wenn ich negativ gehe, wird sie immer kleiner. Und wenn sie unter 0 ist, geht sie dann halt immer weiter unter 0. So ist Minecraft aufgebaut. Und das bedeutet, jeder Block, jede Position in Minecraft hat eine Koordinate. Das heißt, ihr könnt alles in Minecraft irgendwo hinsetzen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, dieser Block, den ich jetzt hier angucke, der hat diese Koordinaten. Minus 1779, 56, minus 5, 5, 4. Und wenn ich jetzt eingebe, diese Koordinaten bemerke, 1, 7, 7, 9, 5, 6, minus 5, 5, 4. Ich kann mir die aufschreiben, diese Koordinaten. Ich gehe jetzt etwas weiter weg und ich gebe jetzt ein Slash Z Block. Dann kann ich jetzt diese Koordinaten eingeben und ich mache jetzt mal Redstone Block. Ich drücke Enter und der Block wird zu einem Redstone Block. Habt ihr das gesehen? So, das sind sogenannte absolute Koordinaten. Das heißt, ich habe jetzt gerade diese Koordinaten fest eingegeben. Absolut. Das ist genau die Koordinate, die ich haben möchte. Und jetzt kommen wir zu dieser komischen Schlangenraupe. Die macht ihr am Computer mit STRG, ALT und drückt der PLUS. Am MacBook ist das anders. Das heißt, es ist, glaube ich, N. Das ist ein Teilde. Das heißt, dieses Symbol gibt uns an, dass wir relativ meinen. Relativ bezieht sich immer auf die Position, wo ein Befehl ausgeführt wird. Der Befehl wird gerade bei mir ausgeführt oder beziehungsweise in diesem Fall wird der Befehl bei den Schafen ausgeführt. Und ich kann jetzt sagen, dass die Schafe zum Beispiel gegen die rote Richtung teleportiert werden sollen. Das heißt, die sollen bitte in diese Richtung teleportiert werden. Das heißt, ich gebe ein bei der x-Koordinate minus 1. Jedes Mal, wenn der Befehl ausgeführt wird, werden die Schafe minus ein Block, also gegen diese rote Richtung teleportiert. Wenn das plus 1 wäre, würden sie in die rote Richtung teleportiert werden. Das zeigt euch dieses komische Dreieck in der Mitte immer, wohin das ganze teleportiert wird. So, und jetzt drücken wir auf den Knopf und gucken, was mit den Schafen passiert. Schup. Schup. Seht ihr das? Schup. Schup. Wir machen mal den Command-Block zu einem Repeat-Command-Block. Wenn das ein Repeat-Command-Block ist und er erhält Strom, dann führt er den Befehl 20 Mal pro Sekunde aus. Weeeeee. Da haben wir Running in the 90s Sheeps. Krass, oder? Wir können auch mal wieder plus 1 machen und weeeeee. So, und wir können fies sein. Wir können hier positiv nach oben eingeben. Ich glaube nicht, dass die Schafe das lustig finden werden. Ah, nein, die werden es nicht lustig finden. Das waren Stuntmans. Das war geschauspielert. In Wirklichkeit haben sie sich gerade unsichtbar gemacht und haben Fleisch auf den Boden geworfen. Bei den Dreharbeiten dieses Videos kamen keine Tiere zu Schaden. So. Also, ihr seht schon, wir können jetzt hier verschiedene Sachen eingeben. Noch eine wichtige Sache, liebe Leute, bevor ihr es vergesst. Und zwar, jetzt kommt etwas sehr Seltsames. Ich gebe mal ein, ich mache jetzt mal dieses Add at S weg. Und gebe ein, dass das Schaf einen Block nach oben teleportiert wird. Was passiert? A, das Schaf wird einen Block nach oben teleportiert. B, das Schaf stirbt. C, das Schaf wird zu dem Command-Block teleportiert. Bitte loggt eure richtige Antwort ein. Ich packe jetzt mal ganz viele Schafe hin. Drei, zwei, eins und schwupp. Alle Schafe werden auf den Command-Block teleportiert. Warum? Der Befehl wird nun bei dem Schaf ausgeführt. Äh, als das Schaf ausgeführt. Jedes der Schafe, haben wir hier festgelegt, As at Eship, führt den Befehl aus. Aber der Befehl wird nach wie vor bei dem Command-Block ausgeführt. Und der Command-Block sagt, teleportiere bitte den, oder das Schaf, weil das Schaf führt ja den Befehl aus. Aber der Befehl sagt jetzt gerade, bitte einen Block höher teleportieren. Und zwar genau an die Stelle, wo da gerade der Command-Block ist. Das ist super kompliziert, das zu checken, Leute. Aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Also Schaf führt den Befehl aus. Teleportiere bitte mich einen Block höher. Aber der Befehl wird zwar jetzt vom Schaf ausgeführt, aber bei dem Command-Block ausgeführt. Das heißt, der Befehl startet im Command-Block. Und diese Angabe hier sagt, ein Block höher als da, wo gestartet worden ist. Ein Block höher als da, wo gestartet ist, ist über dem Command-Block. Und deshalb werden die Schafe über den Command-Block teleportiert. Wenn ihr also die Schafe bei sich selbst teleportieren müsst, müsst ihr immer noch dieses Add at Es einbauen. Wow. Ist das nicht komplex? Und jetzt können die Schafe einmal springen vor Freude. Na, ihr seid glückliche Schafe. So, gut. Dann sind wir fast durch. Und zwar, jetzt kommen noch die schlimmsten von allen. Und zwar Eligen und Positioned, If und Unless. Ihr seht schon, es gibt noch mehr Commands, die wir in Execute machen können. Und das Video ist jetzt allein schon fast eine halbe Stunde lang. Ich gebe mir aber die Mühe, es wie gesagt, euch so zu erklären, dass es versteht. Habt ihr es denn bis hierhin verstanden? Ich hoffe wirklich sehr. Minecraft ist ultra komplex. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mal im echten Leben, nicht bei einer Volkshochschule oder irgendwo, einen vollständigen Command-Block-Kurs gebe, wo man sich anmelden kann und wo ihr dann quasi unterrichtet werdet. Also wirklich dann einen Tag lang, wo ich sage, oder vier Stunden, wo wir dann wirklich vier Stunden lang, wo ich Leute unterrichte in Commands. Denn es ist wirklich eine Sache für sich. Ihr schreibt hier quasi ein kleines Programm innerhalb dieser einen Zeile. Das Programm startet hier links, verrennt durch, macht als erstes etwas, macht noch mal was, macht noch was und endet mit dem Run-Befehl und definiert, wie, warum, wo und wer einen Befehl ausführt. So, also, schauen wir uns als nächstes Allegiant an und Positioned an. Wenn wir jetzt etwas machen wollen, wie zum Beispiel execute, run, summon, sheep. Ja, das heißt, füge ein sheep ein. Dann können wir jetzt quasi hier mit diesen Koordinaten sagen, wo das sheep eingefügt werden soll. Das heißt, das sheep wird ja quasi jetzt vom Command-Block aus. Aber wir können eingefügt. Aber wir können jetzt diesen Befehl auch verschieben. Jetzt wird das sheep gerade im Command-Block erzeugt. Hallo sheep, gehst du mal bitte weg? Dankeschön. Wir können aber jetzt hier eingeben Positioned. Positioned erlaubt es uns jetzt einzugeben, dass wir hier Koordinaten eingeben können. Auch das können absolute Koordinaten sein oder relative Koordinaten sein. Mal gucken, habe ich denn noch, guck mal, ich habe noch die Koordinaten von dem Redstone-Block da. Das heißt, ich gebe jetzt die Koordinaten des Redstone-Blocks hier ein und füge nun ein Schaf ein, und zwar einen Block darüber. Das heißt, schaut her, das ist meine Befehlsstruktur. So, ich mache den Befehl, positioniere ihn absolut auf dem Redstone-Block und füge ein Schaf ein, ein Block darüber. Das heißt, das Schaf wird jetzt auf dem Redstone-Block spawnen. Jupp, da ist mein Schaf. Egal, wo der Command-Block ist, wenn ich Steuerung gedrückt halte und Steuerung gedrückt halte und Mausrad-Klick mache, bekomme ich den Command-Block mit Inhalt. Dann kann ich ihn einfach nehmen und woanders hinsetzen. Ziemlich cool in Minecraft, was? So, schaut's mal her. Wenn ich jetzt hier bin, da ist unser Schaf. Dolly the first sheep and Dolly the second sheep. Oh my goodness, habt ihr es gesehen? Coole Sache. Das macht dieser Befehl. Ich kann mich jetzt mal teleportieren mit dem Command-Block, und zwar teleportiere ich mich mal. Wir machen jetzt einen Befehl, wir führen ihn jetzt mal aus als the Joecraft und by the Joecraft, add at s, also as the Joecraft, add at s, run. Und jetzt machen wir mal den Befehl teleport. Teleport at s. Teleportiere the Joecraft an die Stelle, wo ich gerade bin. Warum mache ich das? Okay, guck mal. Ich drücke auf den Knopf und ist nichts passiert. Ihr habt meine Hand gesehen. Meine Hand macht ein komisches. Achtet mal auf die Hand. Ah, man sieht es manchmal vielleicht ein bisschen. Manchmal macht die Hand nämlich komische Sachen, weil ich gerade teleportiert werde in dem Moment. Ich kann mich jetzt auch einen Block weiter nach oben teleportieren, dann merkt ihr das. Witzig, witzig. Aber warum mache ich das? Ich zeige euch jetzt Allegiant. Ich gucke jetzt mal, ich teleportiere mich jetzt mal. Ihr seht jetzt, ich stehe jetzt hier. Ich gucke jetzt nach unten. Ihr seht, dass ich jetzt gerade mitten auf dem Block stehe. Ich führe den Befehl nochmal aus. Jetzt kann ich Allegiant eingeben. Ich gebe den hier ein. Das heißt, der Befehl wird quasi bei mir ausgeführt. Aktuell. Also genau da, wo ich gerade bin. Denn jetzt gebe ich ein Allegiant. Allegiant. Und jetzt möchte gerne das System Achsen haben. Ich kann quasi alle Achsen eingeben. X, Y, Z. Ich kann aber zum Beispiel sagen, ich möchte nur die Z-Achse haben. Oder ich möchte nur die Y-Achse haben. Oder ich möchte die Y- und die Z-Achse haben. Oder ich möchte die X und die Z. Also ihr könnt quasi eure Achsen hier eingeben. Ich mache jetzt mal X und Z. Y ist ja die Höhe in Minecraft. Ich möchte jetzt gerne auf der X-Achse und der Z-Achse Allegiant machen. Was ist ein Allegiant? Gucken wir mal. Ich drücke auf den Befehlspunkt. Und? Schaut mal. Wenn ich jetzt auf den Boden gucke. Seht ihr das? Schaut mal an. Ich bin nun exakt punktgenau am Ende oder beim Anfang dieses Blockes. Das heißt, das ist quasi der erste Teil des Blocks. Wenn wir jetzt F3 drücken, sehen wir, wie genau ich gerade stehe. Schaut euch das an. Ich stehe gerade bei minus 1769,000. Und hier stehe ich bei minus 546,000. Glaubt mir Leute, ihr werdet es nicht hinkriegen. Wenn ihr euch versucht, versucht euch mal so zu stellen in Minecraft. Ihr seht jetzt hier diese Nachkommastellen. Versucht euch mal so zu stellen, dass ihr genau bei der Nullkoordinate eines Blocks steht. Das heißt, genau in die Ecke des Blocks. Ihr seht schon, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da genau die Nullkoordinate zu treffen. Und der Allegiant-Befehl macht das. Das heißt, er führt den Befehl so aus, dass der Befehl quasi an den Block, an die Nullkoordinate angelegt ist. Das heißt, auf dem Block, auf dem ich gerade stehe, sei es jetzt dieser Block, werde ich genau auf diesen Nullpunkt des Blocks gesetzt. Wenn ich jetzt auf diesem Block stehe, ihr seht, ich sehe gerade diesen Block an und ich drücke auf Allegiant, dann werde ich genau an den Nullpunkt dieses Blocks teleportiert. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich eingebe, bevor das Allegiant kommt, Positioned, Equal 0,5, Equal und Equal 0,5. Bissens Tilde heißt das Ding. Ich sage immer Equal, Entschuldigung. So, dann bin ich exakt in der Mitte des Blockes. Also, genau in der Mitte des Blockes. Ist jetzt nicht so genau angezeigt, jetzt gerade hier, also wenn ich jetzt hier unten die Nadel habe, aber ihr seht, ist genau bei, ja, 4, 8, 9, ist gar nicht mehr so genau. Hat das Schaf mich verschoben? So, jetzt ist genau. Das Schaf hat mich verschoben. Ich glaube es wohl. Guckt, seht ihr das? Ich stehe jetzt genau in der Mitte des Blockes. Also, mit diesem Allegiant könnt ihr einen Befehl zentrieren. Denn ein Befehl, wenn ihr zum Beispiel mit relativen Koordinaten arbeitet, ist manchmal etwas ungenau, ja. Manchmal wollt ihr halt exakt genau den richtigen Moment oder exakt den richtigen Punkt haben. Das habt ihr nicht immer, aber ab und zu mal gibt es das. Ab und zu mal wollt ihr exakt den richtigen Punkt haben. Und dafür ist Allegiant. Allegiant und Positioned hilft euch dabei. Kommen wir nun zum letzten großen Teil und zwar If und Unless. If und Unless sind genau eigentlich der gleiche. Das heißt quasi, was dahinter kommt, also hier hinkommt, ist bei beiden genau das gleiche. Nur Unless ist quasi die Umkehrung von If. Also, Unless macht genau das gleiche wie If, nur andersherum. Das müsst ihr euch vorstellen. If ist eine Bedingung, die ihr einbauen könnt und dann kommt ein Befehl. So. Und das machen wir mal wie folgt. Wir machen jetzt mal ein Befehl. Execute. Run. Say. Erfolg. Ausrufezeichen. Und wir sehen im Chat, der Command-Block sagt Erfolg. Wow, er freut sich. Haha, jetzt kommt hier ein If dazwischen. If. Und jetzt seht ihr, If bietet uns viele verschiedene Subparameter. Was bedeutet If? If bedeutet Wenn. If formuliert eine Bedingung. Das heißt, wir können jetzt sagen, lieber Execute Command. Ich möchte, dass du das Run nur dann machst. Beziehungsweise, ich möchte, dass alles, was jetzt folgt, also alles, was nach If kommt. Egal, was es ist. Egal, was nach If kommt. Und selbst, wenn nach If plötzlich ein zweites If kommt. Ja. Egal. Alles, was nach dem If kommt, wird an einer Bedingung gekriffst. Und zwar dieses If. Das heißt, wenn jetzt diese Bedingung. Zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, wenn. Und wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir sagen mal, wenn es eine Entität gibt. Und zwar einen Spieler. Also einen AddP, AddPlayer, also AddNearsPlayer. Und der Player hat den Namen Notch. Dann sage Erfolg. Wir drücken mal auf den Knopf. Und ihr seht, es passiert nichts. Denn Notch ist gerade nicht in meiner Welt. Aber wenn der Spieler jetzt den Namen TheJoneCraft hat. Und ich drücke auf OK. Dann sehen wir Erfolg im Chat. Denn der Command-Block überprüft, ob es ein Ding gibt. Also Entität. Wir überprüfen erstmal nach Dingen. Der Spieler ist auch ein Ding. Ihr wurdet gerade durch Minecraft degradiert. Sorry, Leute. Also ihr seid auch ein Ding. Und ihr prüft jetzt, ob es jetzt einen Spieler nach TheJoneCraft gibt. Ihr könnt auch direkt den Namen hier reinschreiben. Das ist ja egal. Ihr könnt TheJoneCraft. Also. Wenn es TheJoneCraft gibt. Erfolg. Woo. Okay. Das heißt, ich kann nach Entitäten überprüfen. Ich kann aber auch zum Beispiel überprüfen, ob es einen Block gibt. Zum Beispiel, if Block. Jetzt sage ich, wo der Block ist. Machen wir folgendes. Wir machen mal relativ über dem Command-Block. Also ein Block über den Command-Block. Wenn das ein Stone ist. Leertaste. Und damit ist der if Befehl beendet. Und if Block. Dann wo. Und dann welcher Block. Und dann kommt's. Gucken wir es dann. Wir drücken auf den Knopf. Es passiert nichts. Wenn ich jetzt allerdings einen Stein-Block auf den Command-Block drauf setze. Und ich drücke auf drauf. Dann Erfolg. Im Chat. Ihr seht's. Der Command-Block kann etwas überprüfen. So. Und dann kommt jetzt noch eine zweite Bedingung. Zum Beispiel hier. Eine zweite Bedingung. If Block. Und wir gucken jetzt mal. Wir nehmen mal den Block neben dem Command-Block. Also if Block. Neben dem Command-Block ist auch Stein. Dann schreie Erfolg. Drücken auf den Knopf. Nö. Jetzt machen wir den Block daneben. Was passiert? Ich habe jetzt hier einen Block. Ich habe jetzt einmal gesagt. Wenn der Block über dem Command-Block Stein ist. Wenn der Block neben dem Command-Block Stein ist. Sage Erfolg. Ich habe jetzt neben dem Command-Block einen Stein gesetzt. Was passiert? A. Der Command-Block sagt Erfolg. Oder B. Der Command-Block sagt nichts. Nichts. Denn die erste Bedingung ist nicht erfüllt. Der Command-Block fängt an. Execute. Testet die erste Bedingung aus. Merkt hier, dass die Bedingung fehlgeschlagen ist. Und bricht an dieser Stelle. Wo jetzt meine Maus ist. Den Command-Block ab. Der Command-Block ist tot. Und macht ab jetzt nichts mehr. Das heißt. Der nächste ganze Teil, der jetzt kommt. Wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt. Dieses if kann zwar wahr sein. Erfüllt sein. Aber es ist egal. Es wird abgebrochen an dieser Stelle. Erst wenn beide Steinblöcke da sind. Dann Erfolg. So. Und was macht jetzt Anlass? Anlass ist das gleiche wie if. Es ist quasi die Umkehrung. Wir stellen wieder einen Block auf den Command-Block. Wir entfernen das zweite if. Und gucken gerade. Es gibt Erfolg. Erfolg. Juhu. Leute. Ich gönne euch. Erfolg. In Command-Blocks. Also. Stein ist drauf. Und wir gucken mal. Statt dem mache ich jetzt einen Anlass. Ihr seht. Ich drücke hier drauf. Und es gibt kein Erfolg mehr. Aber wenn ich jetzt den Steinblock wegnehme. Dann gibt es Erfolg. Also Anlass bedeutet. Solange bis. If bedeutet wenn. Wenn ein Block darüber Stein ist. Dann sage Erfolg. Und Anlass bedeutet. Solange bis. Ein Block Stein drauf ist. Sage Erfolg. Er sagt also. Solange Erfolg. Bis. Diese Bedingung erfüllt ist. Und jetzt wird der Command-Block wieder abgebrochen. Und zwar. Nach der Bedingung. Eure Bedingung kann zum Beispiel noch eine nächste sein. Eure Bedingung kann zum Beispiel sein. Schreiben wir mal ein kleines Programm heute. Machen wir mal den Test. Wir schreiben unser erstes kleines Programm mit dem Command-Block. Und zwar. Wir schreiben. If. Entity. Add e. Add e meint wieder alles. Aber wir filtern das Ganze jetzt wieder. Wir sagen Typ gleich Schieb. Und jetzt erinnern wir uns. Das was wir vorhin gemacht haben. Distance gleich Punkt Punkt C. Aber jetzt nehmen wir mal diesen Redstone-Block hier. Wir haben vielleicht noch die Koordinaten von diesem Redstone-Block. Ich weiß nicht. Haben wir noch die Koordinaten von dem Redstone-Block? Ja. Da ist dieser Redstone-Block. Da sind die Koordinaten des Redstone-Blocks. Wir nehmen jetzt mal diesen Redstone-Block. Also. Machen folgendes. Wir führen den Befehl aus. Execute. Positioned. Bei den Koordinaten. So. Jetzt wird der Befehl schon mal bei dem Redstone-Block ausgeführt. Dann machen wir ein If. Jetzt erst kommt das If. Wir testen, if es eine Entität gibt. Und zwar Typ gleich Schieb. Distance gleich Punkt Punkt. Fünf Blöcke. Das heißt. Fünf Blöcke um diesen Redstone-Block herum. Soll es ein Schaf geben. Das wird jetzt auch bei dem Redstone-Block ausgeführt. Vergesst nicht. Es spielt ja immer eine Rolle. Wo der Befehl ausgeführt. Der Befehl wird immer noch vom Command-Block ausgeführt. Aber er wird jetzt bei dem Redstone-Block ausgeführt. Und da wird dann getestet. Ob es denn ein Schieb an der Stelle gibt. So. Und jetzt kommt was Besonderes, Leute. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Wir werden jetzt das allererste Mal kein Run definieren. Wir werden einfach Enter drücken. Ohne Run. Unser Command-Block endet mit If. Und das ist die einzige oder eine der wenigen Besonderheiten, wo man dann tatsächlich mal kein Run eingibt. Denn wir nehmen uns jetzt einen Komperator und erhalten ein Redstone-Output. Wir drücken mal hier drauf. Und es gibt kein Redstone-Output. Denn kein Schaf ist gerade fünf Blöcke um diesen Ding herum. Was schreffen denn Schafe denn? War das Weizen? Ich weiß nicht. Mögt ihr Weizen? Hey. Mögt ihr? Ja, ihr mögt Weizen, ne? Komm mal her. Komm mal, Josef. Gutes Schaf. Komm mal her. Happa, Happa. Hier. Nimm dir Happa, Happa. So, wenn wir jetzt auf die Komma-Abtion drücken, dann sehen wir, geht der Komperator an. Weil jetzt ein Schaf, der drumherum ist. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch noch einen Run eingeben. Wir können jetzt einen Run eingeben und zwar Say Hallo. Und wir drücken jetzt hier drauf und wir sehen, es passiert nichts, weil der Schaf ist wieder nicht da. Mal gucken. Hallo Schaf. Komm mal wieder hier hin. Wunderbar. Und wir drücken auf den Knopf. Es steht im Chat Say Hallo und der Dings geht an. Der Komperator geht immer dann an, wenn ein Befehl erfolgreich ist. Aber wenn wir zum Beispiel mal machen Kill Peter Lustig Hater. So, wir machen mal Kill Peter Lustig Hater. Wir sehen, jetzt geht der Dings nicht an. Warum? Weil der Befehl nicht erfolgreich ist. Das heißt, zwar ist diese ganze Execute-Bedingung erfolgreich. Das heißt, bis hierhin ist alles erfolgreich. Aber dieses Kill Peter Lustig Hater hat nicht funktioniert. Und weil das nicht funktioniert, dann geht der Output nicht an. So, deshalb machen wir meistens hier keinen Run. Sondern wir machen nur diese Bedingung, um zu überprüfen, ob etwas korrekt ist. Wenn wir das jetzt an eine Redstone Clock anschließen, sprich diesen Command-Block immer und immer wieder ausführen, dann haben wir es auch schon geschafft. Automatisch hier ein Programm zu schreiben, was überprüft, ob sich da ein Schaf befindet oder nicht befindet. Wir können mit dem Schaf dann was machen. Zum Beispiel Run, äh, nee, stopp, erstmal S. Jetzt machen wir als das Typ, was ein Schaf ist. S, L, E. Typ gleich Schieb, Komma Distance. Es muss ja wieder das Schaf. Wir würden jetzt ja theoretisch den Befehl als alle Schafe der Welt ausführen. Aber wir sagen wieder Distance gleich Punkt, Punkt 5, also auch die Schafe, die gerade getestet worden sind. Und dann wieder bei dem Schaf, add at S, run, teleport, teleport at S, equal, equal, eager, tilde, 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 1. So, und ihr seht, das Schaf wird dann automatisch wegteleportiert. Sprich, 5 Blöcke wegteleportiert. Danach hört der Command-Block auf mit seiner Arbeit. Ihr seht, das Schaf wird jetzt nicht hier hinkommen. Liebe Schafe, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber heute habe ich leider kein Foto, äh, Weizen für dich. Schade. Das soll es erstmal gewesen sein, Leute. 45 Minuten knapp, also quasi eine kleine Unterrichtsstunde zu dem Execute-Command. Es geht noch weitaus komplex, weil der Execute-Command hat noch viele, viele unterschiedliche Bedingungen. Wenn wir mal ganz kurz zurück zum Execute gehen, dann sehen wir, es gibt hier noch Entered. Es gibt Alleghen, haben wir schon gemacht. Facing gibt es zum Beispiel. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt In, es gibt Rotate, es gibt Predicate, das ist richtig interessant. Es gibt Store und, ach, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, ihr seht, auch beim If können wir zum Beispiel sagen, If, ihr seht, hier beginnt diese große Tabelle. Wann können wir hier sagen, If Block, If Blocks. Das macht nochmal einen Unterschied, da können wir nicht Blöcke überprüfen. Predicate, wir können hier zum Beispiel eine Funktion einbinden, die überprüft, und dass bei Wahrscheinlichkeit etwas passiert, also wenn eine Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Wenn eine Data übereinstimmig ist, wenn eine Entität vorhanden ist, das haben wir uns angeguckt. If Entity haben wir uns angeguckt. Wir können aber auch nach einem Score fragen, also wenn wir ein Scoreboard haben. Aber, das, liebe Leute, ist eine Geschichte für ein anderem Mal. Die Sonne geht jetzt erstmal unter. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr was gelernt habt bis hierhin. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, ich hoffe, dass ab jetzt alles ein bisschen klarer geworden ist, wenn ich mit Befehlsblöcken arbeite. Auswendig lernen, oder wenn ihr einfach relativ häufig was lernt, oder wenn ihr häufig was macht mit Command-Blöcken, dann lernt irgendwann diese Command-Syntax auswendig. Und ihr lernt auch die Tricks, wie man damit arbeitet. Ihr werdet nur darin besser, indem ihr es einfach häufiger macht. Probiert es aus, fangt an, eure ersten Sachen zu schreiben, und vermeidet es, kill at e einzugeben. Denn wenn ihr kill at e eingibt, seid ihr verloren. Weil ihr löscht damit alles, was in eurer Minecraft-Welt nicht nid- und nagelfest ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb, denkt bitte immer dran, das ist meine Weisheit des Tages, kill. Und wenn ihr irgendwas mit at e macht, macht immer Filter rein. Zum Beispiel, name gleich the joecraft. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.